Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder meinen Freund mitgebracht, der ja jetzt seit drei Wochen reiten lernt, reiten will, reiten lernen will und wir haben uns heute mal überlegt, oder ich habe mir heute überlegt, einen Pferdequiz mit ihm zu machen, um mal so abzufragen, wie viel er sich dann auch wirklich von den drei Stunden behält, was er schon weiß. Genau, und ich würde sagen, wir fangen doch einfach direkt mal an. Die erste Frage ist eigentlich ganz einfach, und zwar, wie heißt das, mit dem wir Robinio aus der Box holen? Ähm, Halfter. Genau, und Frage Nummer zwei, wie viel Platz muss zwischen Nasenriemen und Nase sein? Äh, zwei Finger. Ja, und so oder so? Also, ja, so. Ja, genau. Wie heißt der Weinschutz von Robinio? Ähm, Gamaschen und Glocken. Genau, du bist ganz schön gut. Von welcher Seite aus satteln wir? Links. Okay, und von welcher Seite steigen wir auf? Ähm, auch links. Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, aber ich weiß nicht, ob du das weißt, aber nenne mir mal die Hilfen. Ähm, nur die Arten. Jetzt nicht spezifisch, was für Hilfen, aber nur die Arten. Welche Hilfen gibt es? Äh, ja, also was ich damals so gehört habe, das ist halt irgendwie Schenkelhilfe. Mhm. Gewichtshilfe. Mhm. Und, ähm, Zügelhilfe. Richtig. Du hast so gut aufgepasst. Ne, das war richtig. Ja, das war richtig. Ja, das war richtig. So, jetzt eine Frage, die du eigentlich wirklich wissen solltest. Und zwar... Wo ist beim Pferd hinten? Wo ist beim Pferd hinten und wo ist vorne? Wo fressen sie? Wo kommt es wieder raus? Ja. Nein, was ist die Wurzelbürste, will ich wissen? Ähm, das ist die Bürste, mit der man die Beine sauber macht. Genau. Und wie ist die so? Die ist sehr hart. Ja, genau. Also Borsten halt. In jeden Fall ist ein Borstenschwein. Ich glaube, der Hund kommt. Hm, der wird ein neues Herzbein. Hallo, wache wache wache. Foxy möchte immer mit ins Video. Vielleicht machen wir nochmal ein Foxy-Video, damit sie auf ihre Kosten kommt. Darf ich weitermachen? Ja? Nein? Oh, die ganzen Haare fliegen. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Und zwar, was rufen wir, bevor wir die Halle betreten oder verlassen? Hm, Tür frei. Genau. Und worauf achten wir beim Hufauskratzen? Hm, darauf, dass wir den Fuß vorsichtig wieder abstellen. Hm. Und, ähm, so in der Mitte, da ist der Strahl, wie der gehört. Also der ist nicht so aus Horn, sonst muss man vorsichtig sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und warum putzen wir überhaupt das Pferd? Hm, weil das so die Bindung zwischen Reiter und Pferd verbessert. Und weil das auch so gut für die Durchblutung für das Pferd ist. Und das fühlt sich gut an. Und man kann das Pferd auch nochmal so ein bisschen sich genauer angucken, ob das irgendwo eine Macke hat oder so. Und, ähm, dann, wenn da so halt so noch ein bisschen Dreck wäre, dann könnte es sein, dass es halt unterm Sattel oder irgendwo so scheuert. Sehr gut, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Ja, das war schon alles. Ja, das war schon alle zehn. Das ging ganz schnell. Kriege ich nur eins bloß. Mit Sternchen und Stempel. Ha! Ich würde aber sagen, jetzt dürfen wir die Zuschauer die Fragen stellen. Und man schaut, ob die auch beantworten kannst. Weil ich war ja jetzt auch noch sehr nett. Und dann schauen wir mal. Also schreibt auf jeden Fall eure Kommentare oder eure Fragen in die Kommentare so rum. Also schreibt eure Fragen an Claudio in die Kommentare. Also irgendwelche Pferdischen-Fragen auf jeden Fall, die er wissen sollte, wenn er reiten will. Und ansonsten gibt es vielleicht bald mal ein Reitvideo von Claudio. Das hatten sich meine Instagram-Follower auch gewünscht. Die würden ihn gerne mal reiten sehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das doch einfach mal. Schaut da mal vorbei. Da gibt es immer ganz aktuell jeden Tag Bilder und alle Infos. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Da gibt es auch alle Infos zum Pusteblumen-Shop. Wer das noch nicht mitbekommen hat, seit Mitte, was haben wir für Monat? März. Seit Mitte März gibt es auch den Pusteblumen-Shop. Den findet ihr natürlich im Internet. Den Link gibt es unten in der Infobox. Und ihr könnt aber auch bei Instagram einfach mal gucken unter pusteblumen-shop. Ob euch da vielleicht was gefällt. Wer weiß, ich glaube ich werde durch den Hund verdeckt. Fuxi, kommst du mal einmal? Leg dich mal hin. Ja! Und wenn ihr mal ein Fuxi-Video haben wollt, wie sie einfach niedlich ist, so wie sie ist, dann hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sagen bis zur nächsten Woche. Ciao! 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 Ciao!